die schafe ja ein creeper explodiert als nicola geschert hat auf der mini map im wald sind noch welche und ich denke ich denke weiter krieg version hat ein schaf überlebt aber dann hat irgendwie ein skelettes abgeschossen oder so ja eigentlich die man in der wüste aber ja es gibt so ein extra wüsten biome also so ein sub biome von der wüste der so oil field sich nennt oder so da ist richtig viel öl aber ja du kannst irgendein öl benutzen das ist das tolle früher deine refinery so Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.